Aber was soll ich denn machen? Die Kunden sind schuld. Es sind einfach keine mehr da. Diese verdammten Kunden, wenn die nicht wären, was? Tja, das ist eure letzte Fahrt. Betty fährt Amsterdam. Bomber Warschau. Tja, Knacksen muss nach Wien. Aber kennt ihr ja. Ach so, kleines Dankeschön. Wir haben auch so eine. Ist doch eine schöne Erinnerung an die Zeit. Also, Kopf hoch, Jungs. Vielen Dank für alles und ihr wart eine tolle Flotte. Ihr seid eine tolle Flotte. Kannst ihr stecken. Arschloch. Boah, ihr Bude schon noch nicht mal fünf Monate am Laufen. Fünf Monate. Schon pleite. Verbrecher. Ich ruch überhaupt nicht. Aber hör auf zu sehen, Kubica. Was entscheidender ist, dass du einen Plan hast. Ohne ich habe einen Plan. Ich habe da noch Kontakte in Paris. Na toll. Bruno. Oh, super. Der Groß ist kuckuck. Eva. Sag mal, er hat nicht so großartig. Oh, putain, das beginnt. Ich habe keine Ahnung, ich will mich auf den Kopf machen. Okay, das ist gut. Er ist ein Allemann. Er ist ein Mann, ein Con. Er hat eine Lunge, ein Blatt und ein Blatt. Was ist das? Klus? Kliss? Klaus? 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 Oh, deine Frau, das ist Matthias. Mathias, dis-moi comme il est beau. Super, ton Mathias, allez. Oh putain. Alors, elle est enceinte ou pas? Elle est enceinte. Je suis vraiment enceinte. Et il est où le bébé? Voilà. Et qu'est-ce que tu vois? Ben je sais pas, ça bouge. Et il est beau? Tiens, je vais te présenter ton bébé. Petit point. Bon attends, je connais un gars, un tout bib, franchement super, il va pouvoir s'en débarrasser. Quoi, quoi, quoi? Mais attends, moi j'ai pas pensé à tout ça là. Mais tu déconnes, Europe, un bébé, il y a des vergetures de partout, des kilos, des mômes qui hurlent comme des cons dans tous les jardins publics avec des mamans complètement gaga. Et tu vas être super grosse. Ça me paraît bien. Bien? Mais tu te fous de ma gueule? Et tu crois que ça va marcher comment, hein? T'es aveugle. Et puis? Comment ça, et puis? Et le père, hein? Mais c'est l'Allemagne, tu oublies. Tu crois qu'on va y aller comme ça en vacances, genre youpi ya, youpi ya? Ah non, hein? Puis de toute façon, tu sais quoi de lui, hein? Son nom? Mathias. Poubelle à Berlin, sans téléphone, sans adresse et même pas de nom de famille. Ouais, il ne doit pas en avoir tant que ça, des éboueurs. Mais comment est-ce qu'on peut être aussi connu? Euh, mais l'équipe m'a fait, c'est ok, hein? You are a little bit fat. That's too strong for this car, you understand? Naja, c'est un fasse d'ohne, wa? Eke loser. Du loser. Fait bis so. Und du kannst doch nicht mal quatschen. Ich denke mal, weil hier läuft's mit dem Pumpen hinaus so müß wie bei mir. You have a girl? Hm? Ja. Ein Mann haben wir uns. Are you driving to Berlin? Yeah, that's correct. We drive to Berlin. I'm Bomber. And that's my car. Was soll ich denn machen? Die Kunden sind schuld. Verdammten Kunden, wenn die nicht wären, was? Tja, das ist eure letzte Fahrt. Ich hab da so'n grennen Deal da am Laufen. Ihr sollt's hinkommen, Mr. Bomber. Ja, ja, yes. Make a business. Cool. Dieses Versteh'n, der man auf dem Markt. Die gar nicht kennen, dass du bleibst, dass ich damit kriegst, dass ich nicht so'n grennen kann. Der Artikel kann nicht quatschen und Puppe splint. Ich schuie vraiment auszut. En fait, ich me'en vais de Paris. Je retrouvé le père. Guten Tag, Matthias. Ich heiße Europa, Matthias. Wir haben eine Adresse? Ich kann dir das bringen. You know, no address, no number. Just the name, Matthias. Ja, aber, ja, upline and alone. Yes, I know, thank you. Du bist ja Bruno, ja? Du bist ich schwul. Homosexuell. Dicke Loser, du Loser. Du kannst doch nicht mal quatschen. Du kannst nischt, du machst nischt. Fahr nach Berlin. Also, ich find das denn geil, wenn ihr so auf dem Pelle wützt. Bleib mal piezig. Bleib mal piezig, du Hampelmann. Wenn die Puppe nur 5% sehen könnte, die würden so mit so einem Hampelmann wie mit dir bestimmt nicht rumhängen. Deine Bahn! No translation? No? No translation. Das ist mein Karm. Wir sprechen nur German und Englisch. Juh-Juh! Juh-Juh! Juh! Juh-Juh! Juh-Juh! Das war's für heute.